Wir haben eine sehr enge Verbindung zu dieser Region, weil wir mit der Geschichte dieser Region eng verwachsen sind. Wir kommen ursprünglich aus dem Bergbau. Aus dieser Historie heraus haben wir uns weiterentwickelt über einen klassischen Sparverein zu Problemlösern in jedweder Form, sowohl im privaten Segment als auch im Firmenkundensegment. Mit der zunehmenden Digitalisierung haben sich natürlich auch die Gewohnheiten unserer Kunden und auch deren Bedürfnisse verändert. Die digitale Regionalbank erweitert einfach die Möglichkeiten für unsere Kunden und unsere Omni-Kanal-Angebote stehen dafür, dass man uns auf vielen Wegen persönlich, telefonisch oder digital erreichen kann. Das Leben hat nun mal keine Öffnungszeiten und insofern haben wir uns den veränderten Bedürfnissen und Gewohnheiten unserer Kunden angepasst und nicht umgekehrt. Regionalität ist unheimlich wichtig, weil es die Wurzel ist. Die Wurzel von allem und die braucht jeder Mensch. Denn diese Vertrauensbasis, die man über viele Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat, muss man heute bei einem Standortwechsel, Wohnortwechsel einfach gar nicht mehr aufgeben. Betrifft Private wie auch Firmen. Und wir begleiten unsere Firmen von Flensburg bis nach Freiburg. Also insofern gibt es belegbare Beispiele und das macht uns dann auch stolz. Der Unternehmer bekommt einen festen Ansprechpartner, der als konstruktiver Gesprächspartner das Unternehmen begleitet. Und zwar sei es im Bereich Existenzgründung, Wachstumsphase oder auch die Nachfolgeregelung. Wir wollen also nicht kurzfristig den Kunden begleiten, sondern stehen langfristig an seiner Seite, begleiten, gestalten mit und betreuen ihn. Der Kontakt zur Volksbank war von Anfang an durch die Einfachheit der Kommunikation, die Offenheit der Kommunikation und eben auch durch sehr schnelle Reaktionen gekennzeichnet. Wir haben mit dem Geld aus der Volksbank Reichweite gemacht und zwar weltweit. Das heißt, sie ist durch ihre regionale Aufstellung überregional, sogar international nicht begrenzt. Die digitale Transformation oder auch der digitale Wandel haben Wirtschaft, Gesellschaft und auch die Volksbank im Harz nachhaltig geprägt. Diesen Weg in die Zukunft möchten wir gerne mit Ihnen zusammengehen.